naja weiter geht's ja du darfst auswählen mein lieber ja 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 ich bin dabei ähm warte mal beach was ist das denn scheiß level ja das ist ein scheiß level gibt's hier nicht irgendwie star road oder so ne die haben wir uns noch nicht erspielt ok was ist das ach du scheiße nein da haben wir machen ich kann immer so schlecht entscheiden obwohl warte wo ist denn da nein wo ist denn da schoko island sieht irgendwie schwul aus ja läuft ne ich kann nicht starten wtf nicht gedriftet warum kriegst du ich habe einen roten panzer gehabt und mit denen habe ich nicht einmal getroffen ne sieht aus irgendwie als wären wir hier im schokoladenland ne 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 wie Sau. Der coolere Fahrer. Yoshi hat nicht mal einen... Oh mein Gott. Yoshi hat nicht mal einen Führerschein. Er ist ein Dino. Ja. Aber coole Leute fahren Kart und haben dabei einen Führerschein. Mario hat keinen Führerschein. Der Typ ist Klempner. Ach, als Klempner hast du auch bestimmt einen Dienstwagen. Wo du dein ganzes Werkzeug und so hast. Er muss doch immer die... seine Tussi da befreien. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Ey, ich seh dich noch nicht mal mehr. Na, das ist gut für mich. Ey, scheiße, Alter. Oh, war's schon der Final Lab? Gar nicht mitgekriegt. Ich komm dir da gleich rüber. Oh ja, bitte. Dann können wir You Don't Know Jack Hotseat spielen. Oh nein. Keine Ice Map. Scheiße, ich rutsche ja generell schon so. Ich scheiße jetzt einfach auf den Start. Ich hoffe einfach auf meine fahrerische Kunst. Oh nein. Ja. Oh, war das knapp. Mann. Nimm doch den Yoshi-Weg da. Ja. Ha. Alter. Insane überholt. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt mach mal... Mario! Go, go, go. Wir wollen das nicht verlieren, Mario. Sonst... Ja? Lösen wir deinen Sponsorenvertrag auf. Oh mein Gott! What the fuck, Alter? Du hast einen Sponsorvertrag mit Mario? Nein, also Mario ist ein Sponsorvertrag mit... Äh... What the fuck? Ja, genau. Mit Nintendo. Äh... Dann heißt das Luigi-Card. Das nächste Spiel. Oh, what the fuck. Luigi-Card. Ey, warum habt ihr das Luigi-Card genannt? Ja, Mario ist halt voll die Flasche. Warpisch dich! Mario hat meine Mario-Card verloren, deswegen. Oh mein Gott. Alter! Ja. Ey, warpisch dich! Ja. Ey, was geht denn ab? Ja! Oh, Nitsch. 4 zu 1. Ja, komm. Pisch dich. Ups. Ja. Scheiße. Das war natürlich nicht gewollt. Was zur Hölle? Gib mal Stopp hier. Alter! Wie man hier unrealistisch rutscht. Ja. Scheiße. Rein da, rein da, rein da. Nein, 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 nein. Pinball. Na gut, so habe ich wenigstens schon mal abgeräumt für die letzte Runde und so. Oh, Alter. Hä, wie ist denn die... Hast du wieder hingeschossen? Okay. Oh, die ist fies. Alter. Go, go, go. Mario, Mario, Mario. Ha. Nein. Nein. Ja. Meine eigene. Nein, geh weg! Oh. Danke. Alter, Yoshi blockt da, ey. Hä? Wie... Hallo? Ey! Yoshi wiegt mehr als Mario. Warum auch immer. Komm, 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 komm. Jetzt brauchen wir ein ordentliches Power-Up. Oder gar keins! Oh, fuck. Alter, wie bin ich da durchgekommen? Na, was für den nächsten? Ja? Boah! Hahaha, mein Lieber hier. Jetzt hast du gerade Skill gesehen. Mhm. Reinschubsen in andere Sachen kann jeder. Ja, kann jeder, aber tut nicht jeder. War das schon gespielt? Ja, das war das schon gespielt. Alter, na gut, dann nehmen wir mal Schoko Island 2, weil du Schoko so magst. Nein, 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 mit der Riesenmatsche. Ey. Oh, fuck. Ey, Alter. Ja, das geht voll nicht. Hehe. Ach, du bist doch direkt hinter mir. Ja, aber auch nur, weil ich jetzt anders fahre. Scheiß Pflanzen da, ey. Warum gehen die Pflanzen da zu der Matsche, ey? Sehr nährreich. Ja. Ich geb dir nährreich, ey. Ja. Was? Alter, was geht denn jetzt ab? Ach, ist das bei dir? Warum krieg ich so'n geilen Scheiß nicht? Ach, einmal hatte ich jetzt das Item. Ich hatte es noch nie und ich war definitiv weiter hinten als du. Ja, das war ein Bullshit. Du spielst doch mit gezinkten... Äh, Power-Ups, ne? Genau, gezinkte Power-Ups. Gezinkte Fragezeichen-Boxen auf dem Boden. So, last round. Was geht denn ab? Ja, das hol ich doch nie mehr wieder auf. Hier liegt überall Scheiße. Ja. Ich muss auch schon immer außen rum fahren. Ja, Zielgerade! Und? Was? Super. Ich gönne dir den nicht. Okay, und das war das zweite Video von... Ja, das letzte. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, das war Erkis Epic Pwnage in Super Mario Kart. Ja. Ich hab mich gefreut. Es war super. Ich mich auch. Ja. Der Frost steckt tief. Aber... Ja, das war lustig. Dann sieht man sich in anderen Spielen wieder und... Und wir werden andere machen, das schwöre ich dir, bis ich dich so niederschlage, dass du keine Chance hast mehr zu gewinnen! Okay. Wie gesagt... Das ist nur der Sieg, mein Lieber. Was er sagt. Irgendwann, ne? Die Bullshit-Battles werden weitergehen. Die Bullshit-Battles?